Die Ausstellung Sammlung Werner Connings Eine Rundschau spürt der DNA von Werner Connings Sammelleidenschaft nach. Kern der Schau bilden Gemälde von René Aubert-Jeunois, François Barraud, Ferdinand Hodler, Otto Morach und andere. Diese Bilder der Schweizer Malerei treten in Dialog mit weiteren Werkgruppen der Sammlung Werner Connings. Dazu gehören französische Druckgrafiken von 1850 bis 1900, grafische Blätter von Pablo Picasso, Zeichnungen und Skulpturen von Karl Burkhardt und archäologische Artefakte der griechisch-römischen Antike. Die Sammlung Werner Connings gilt heute als eine der umfangreichsten privaten Kunstsammlungen der Schweiz. Der Zürcher Maler, Kunstliebhaber und Sammler Werner Connings baute von 1937 bis zu seinem Lebensende 1980 seine Kunstsammlung auf. Über den Zeitraum von 44 Jahren sammelt er gegen 15'000 Kunstobjekte. 44 Jahre sind über 16'000 Tage. Das heisst, Connings schafft durchschnittlich fast täglich ein Kunstwerk an. Werner Connings gehört zur bekannten Zürcher Verlegerfamilie Connings. Als Jugendlicher folgt er seinen künstlerischen Interessen, nimmt Unterricht in Bildhauerei und in Malerei. Auf den Spuren seiner Mutter, der Sammlerin und Mäzenin Bertha Connings-Girardet, unterstützt er schon bald andere Kunstschaffende und kauft deren Werke an. Daraus entwickelt sich seine spätere Leidenschaft für das Sammeln. Die Hauptphase von Werner Connings künstlerischer Arbeit fällt in die Jahre zwischen 1940 und 1955. In dieser Zeit betreibt er das Sammeln mehrheitlich nebenbei. Doch danach sammelt er immer intensiver. Der Tod seines Vaters und ein entsprechendes Erbe geben ihm einen grösseren finanziellen Spielraum. Er führt Begehrlisten, auf denen er jene Kunstschaffenden und Werke aufschreibt, die ihm gefallen und in seiner Sammlung noch fehlen. Ihn interessiert auch die Entwicklung eines Künstlers. Es sind ganze Werkgruppen einzelner Künstler vorhanden, wie man sie kaum in vergleichbarer Dichte antrifft. Diese Tendenz ist eine Besonderheit der Sammlung Werner Connings. Das Ergebnis ist eine grosse Sammlung von erstaunlicher Breite. Einer der Künstler, die Werner Connings bewundert und die sein eigenes künstlerisches Schaffen nachhaltig beeinflussen, ist René Oberchonois. Ab 1943 pflegt Connings intensiven Kontakt zum Wartländer Oberchonois. Er sammelt seine Zeichnungen seit 1941 und lernt ihn ein Jahr später an seiner Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur persönlich kennen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine enge Freundschaft, auch wenn Oberchonois fast 40 Jahre älter als Connings ist. René Oberchonois gehört zu den eigenständigsten und eigenwilligsten Schweizer Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Unabhängig und weltmännisch war er zeitlebens ein Einzelgänger. Über 40 Jahre verwirklicht der Künstler ein von den internationalen Kunstströmungen kaum beeinflusstes zeichnerisches und malerisches Oeuvre. Landschaften des Wallis, weibliche Akte, Porträts, Tiere und Stilleben gehören zu seinen Hauptmotiven. In «Musicien au Grand jaune» von 1928 stellt René Oberchonois einen stehenden Mann mit Gitarre in einem undeutlich gefassten Interieur dar. Der Musiker im dunklen Anzug hebt sich vom hellen Hintergrund ab und wirkt vom Raum losgelöst, in Gedanken versunken. Exemplarisch steht dieses Gemälde für die Malerei Oberchonois. Selten blicken Oberchonois Figuren aus dem Bild hinaus auf die Betrachterinnen und Betrachter. Sie scheinen nach innen oder in weite Ferne zu schauen und sind von Stille umgeben. In ihrer Isolation liegt auch eine Kraft. Von den gegen 15'000 Kunstwerken aus der Sammlung Werner Connings machen fast zwei Drittel des Bestandes Grafiken aus. Neben annähernd 250 Grafiken von Pablo Picasso kaufte Connings auch viele französische Druckgrafiken von Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Der Maler und Grafiker Jules Chéret gilt als Erfinder des modernen Bildplakates. Wie in seiner Lithographie Fouly-Bergère «La loi Fulaire» von 1893 steht bei Chéret die menschliche Figur im Zentrum, die mit eleganter und auffälliger Kostümierung bezeichnend für das französische «Fin du siècle» ist. Auch die Lithographien von Henri de Toulouse-Lautrec beschreiben das mondäne Pariser Nachtleben. Ohne Überheblichkeit oder falsches Mitleid stellt er die Welt des Kabarets, Theater, Bordelle und Vergnügungslokale dar. Damit prägt er das Bild der legendären Belle Époque. Die Komposition in Vuillards Farblithographie «Jeux d'enfants» von 1897 wird von einer Frau mit Hut und gestreiftem Kleid bestimmt, die einem Kind auf die Beine hilft. Die matt wirkenden Farben und die ungewöhnliche Perspektive verleihen dem Werk eine geheimnisvolle Zeitlosigkeit. In seinem Oeuvre sucht Vuillard den Zauber des Alltags mit einfachen Motiven und Familienszene darzustellen. Ein weiterer Schwerpunkt der Sammlung Werner Connings sind die Werke Schweizer und Deutscher Expressionisten. Darunter sind unter anderem Blätter von Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Ignaz Epper und Hermann Scherer. Expressionistische Künstlerinnen und Künstler haben öfters Ölgemälde in Druckgrafiken übertragen. Beispiele dafür sind die Holzschnitte und Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner oder Hermann Scherer. Die Direktheit und die Emotionalität der Inhalte, auf welche die Expressionisten abzielen, erklären ihre Vorliebe für druckgrafische Techniken wie Radierung und Holzschnitt. Otto Morach gehört zu einer expressionistisch geprägten Künstlergeneration in der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Nach Aufenthalten in Paris und München setzt sich Morach mit den Strömungen Kubismus, Orphismus und Futurismus auseinander und wendete sich danach vermehrt einer expressiven Formensprache zu. Seine häufigsten Sujets sind Stadtszenen, Naturausschnitte und Bildnisse. In Morachs Gemälde Erwartung interieur, welches 1918-1919 entstand, sitzt ein Mann an einem Tisch und schenkt sich ein Glas Rotwein ein. Hinter ihm fällt der Blick durch das offene Fenster auf eine Kirche, vermutlich die St. Ursen-Kathedrale in Morachs Geburtsstadt Solothurn. Der Körper des wartenden Mannes, die Weinflaschen und das Mobiliar sind in spitzwinklige Kuben aufgeteilt. Trotz der dynamischen Bildstruktur und der kraftvollen Farben wirkt das Bild statisch. Wie der elegante Mann erwarten auch die Betrachterinnen und Betrachter dessen Begleitung, die jederzeit hinter dem Vorhang hervortreten könnte.